Weidmann-Zeit, liebe Wilddiebe. Maibock ist nicht zwingend ein Bier. Das Fleisch würze ich mit Wacholder-Salz. Eine Soße rühre ich aus Preiselbeeren. Etwas Creme Fraiche. Ein bisschen saure Sahne. In Butter röste ich Brioche-Burgerbrötchen. Als nächstes brate ich die Burger. Gehe ich da ein bisschen cremigen Vorgonzola drauf. Dann geht's ans Zusammenbau. Mit Preiselbeer-Soße. Etwas Spinat. Kräuterseitlinge. Die Patties. Weckstreifen. Pfirsichscheibchen. Und fertig. Pfirsich.